Der heutige Tag markiert die Ruhe vor dem Sturm, doch das eigentliche Ergebnis, das liegt auf der Hand. Deswegen werde ich heute in dem Video darauf eingehen, ob es fatal ist, dass wir einen roten Tag heute haben, was das eventuell für Auswirkungen hat, ob wir bereits Phase 2 erreicht haben, wie es in unseren Bullrun steht und dazu schauen wir uns die wichtigsten Themen an, wie die Money Supply, Micro Strategy, Jim Cramer und wie er uns dazu verhäuft, dass Trump so weit vorne steht. Plus wir schauen uns die aktuelle Performance an, gehen auch auf die Machenschaften der EZB ein, nochmal Micro Strategy, plus ein paar interessante Daten bezüglich der Bitcoin Exchange Liquidation Map, da wir auch wissen, dass der Großteil des Volumens aus dem Futures kommt. Und ansonsten möchte ich heute auch noch den Litecoin ETF besprechen, was ich persönlich sehr interessant hier diesbezüglich finde. Und eine Kryptowährung, über die ich lange nicht mehr gesprochen habe, die aber tatsächlich recht interessant ist und das wäre nämlich dein Ex. Plus auch noch ein paar Worte zu Kryptonite. Und somit ein recht herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal Tekken Kryptow. Freut mich, dass auch du heute wieder mit dabei bist. Wie du siehst, es sind sehr viele Themen, die ich parat habe, auf die ich auch alle eingehen werde. Und ich habe mich dazu entschlossen, heute mal doch aufzulösen, warum ich gestern im Video eine Cap getragen habe. Das aber auch tatsächlich nur wegen den Kommentaren, denn hier waren einige Gute mit dabei. Beispielsweise hier, hoffe kein Haarausfall wegen Stress oder so. Dann haben auch einige gedacht, dass der Friseur die Haare verkackt hat. Einige Personen, die explizit wegen der Cap ein Like gegeben haben. Oder aber auch Haarausfall wegen Nebenwirkung von Anabolika. Und auch hier wegen einem neuen Werbevertrag. Dann auch wegen einer Wette, die ich verloren habe. Wegen einer Haartransplantation. Oder war auch Torpedo, der bald keine Haare mehr wegen XRP oder Alf Zero hat. Aber nein, keine Sorge, meinen Haaren geht es gut. Ich war einfach nur krank. Ich denke mal, das hört man noch ein bisschen in meiner Stimme. Und wollte mir deswegen die Haare nicht machen. Aber interessant, wie das offensichtlichste oder das einfachste gar nicht genannt wurde. Aber egal, ich würde mal sagen, wir starten auch gleich rein. Lasst mir trotzdem sehr gerne. Vorher noch das Like da, das tägliche, sowie den täglichen Algorithmus-Kommentar. Und dann geht es auch gleich mal los. Wir haben eine Menge vor. Nach dem Disclaimer. Wenn wir auf den Kryptomarkt schauen, dann sehen wir rote Zahlen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, okay, rauschen wir mit dem Bitcoin jetzt wieder ab. Wie sieht es genau aus? Wir sind jetzt auch unter die 67.000 US-Dollar gefallen. Was ist da los? Dazu möchte ich sagen, dass das überhaupt nichts Schlimmes ist. Denn wie wir sehen, wir sind erstens an einer extrem wichtigen Resistance. Da können wir nicht erwarten, dass wir sofort durchpumpen. Zum anderen habe ich hier auch den Bitcoin-Chart auf der Zweitagesbasis mitgebracht. Und wir sehen, dass wir hier konstant durchgepumpt sind mit drei recht guten grünen Kerzen. Dementsprechend ist es auch recht wahrscheinlich, dass wir auch mal eine rote Kerze sehen werden. Das ist vollkommen normal und gehört natürlich auch zu dem Käufer- und Verkäuferverhalten mit dazu. Denn wie wir wissen, der Markt steckt nicht nur nach oben an oder crasht auch nicht nur nach unten. Es gibt Boxenstops. Und wenn wir uns das mal anschauen, ist es tatsächlich die solideste Performance, die wir seit einer sehr langen Zeit gesehen haben. Beziehungsweise die wir seit dieser Konsolidierungsphase, seit den 230 Tagen gesehen haben. Dementsprechend keine Sorge, dass wir heute abverkauft sind. Eigentlich ist es sogar ein gutes Zeichen, da alles mehr oder weniger nach Plan läuft. Und ich möchte heute ein paar wichtige Themenpunkte besprechen. Beispielsweise, dass der Bitcoin ganz genau der Money Supply folgt. Beziehungsweise das auch genau in der Theorie liegt. Wir sehen, dass der Bitcoin-Chart tatsächlich hier schon abgekartet wurde bei den 63.000 US-Dollarn. Aber im Endeffekt sollte es genauso sein. Steigt die Money Supply. Also steigt die Geldmenge. Kommt das natürlich auch Risiko-Assets wie Bitcoin zugute. Und ja, Bitcoin wird zum aktuellen Zeitpunkt eben noch als ein Risiko-Asset klassifiziert. Dann wird es mal Zeit, wieder über MicroStrategy zu reden. Denn auch die sind auf jeden Fall ordentlich bullish. Wie wir sehen können, die Aktien von MicroStrategy sind seit 2020 um 1540% gestiegen. Und haben somit den Zuwachs des S&P 500 komplett übertroffen. Und zwar um 111%. Ich denke mal, zu MicroStrategy müssen wir gar nicht mehr so viele Worte verlieren. Und das liegt auch daran, dass MicroStrategy in weniger als 5 Jahren 252.000 BTC gekauft hat. Was 1,2% des gesamten Angebots sind. Was einfach nur ein unfassbar schlauer Schachzug ist. Dann meinte ich im Intro ja auch schon, dass wir Jim Cramer wirklich danken sollen. Denn dieser Mann ist bekannt, niemals recht zu haben. Es gibt den Reverse Jim Cramer Indikator. Das heißt, alles was er sagt, da macht man einfach das Gegenteil davon. Und im Endeffekt kann man so fast schon Millionär werden. Und ich denke, einige sind dadurch tatsächlich auch Millionäre geworden. Und was hatte Jim Cramer denn vorausgesagt? Und zwar er meinte, dass Kamala Harris die Präsidentschaftswahl gewinnen wird. Und er meinte sozusagen natürlich auch, ich sehe nicht, wie er also Trump gewinnen kann. Und interessanterweise seit diesem Zeitpunkt hat Donald Trump weitere Higher Highs gesetzt. Kann man fast schon sagen. Ja, 61,5% Chance, dass er gewinnen wird. Kamala Harris somit unter 40%. Diese Daten basieren auf Polymarket, einer dezentralisierten Wettplattform. Und im Endeffekt ist das wirklich super zu sehen. Also auch gerne einmal danke Jim Cramer in den Chat. Ansonsten läuft wirklich alles unfassbar gut. Und ich meine, viele sind tatsächlich auch noch in der Disbelief-Phase. Was ich auch vollkommen verstehen kann. Denn viele glauben auch nicht, dass wir hier nochmal überhaupt drüber steigen können. Als würden wir uns ewig, zwei Jahre lang in so einer Seitwärtsphase bewegen. Ich denke, damit hätten sich sogar einige abgefunden. Und genau deswegen fühlt es sich auch so komisch an, dass endlich mal wieder alles voller Euphorie brodelt. Und irgendwo ist es natürlich auch schön. Beispielsweise, wenn wir uns die Bitcoin ETFs anschauen, die in nur vier Tagen, und jetzt haltet euch bitte fest, 1,64 Milliarden an US-Dollarn eingenommen haben. In vier verdammten Tagen. Wow. Ansonsten denke ich mal, dass Europa auch ganz interessant ist. Die EZB hat den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Ansonsten gibt es jetzt wohl bald einen Litecoin ETF. Was tatsächlich meiner Meinung nach der größte Schrott ist, weil das braucht wirklich kein Mensch. Aber interessanterweise gab es auch große Transaktionen. 18 Prozent Litecoin Rally. Dieser Beitrag kam vom 8. Oktober. Und das Canary Capital beispielsweise ein Litecoin ETF beantragt. Das haben wir erst zum 16.10. erfahren. Deswegen sehe ich es auch mal wieder hier. Hier wissen Personen deutlich früher Bescheid. Nutzen den Hype komplett aus. Wir sehen auch Steigerung der Litecoin Hashrate vom 7. Oktober. Das heißt, hier wussten einige sehr bestimmt schon vorher, was abgeht. Ich muss dazu sagen, Litecoin ist eine veraltete Kryptowährung. Man kann natürlich auch gerne in sowas investieren. Ich persönlich würde nicht in Litecoin investieren. Da gibt es für mich deutlich interessantere Kryptowährungen. Aber ja, Hauptsache das Ding bekommt ein ETF, oder? Okay, aber da wir wissen, dass der Markt zum Großteil durch Futures Volumen, durch Perpetual Futures gelenkt werden, ja, und die Preise sich dementsprechend auch danach richten, sollten wir auf jeden Fall mal ein paar weitere Daten zur Hand nehmen, wie die Bitcoin Exchange Liquidation Map. Und hier gibt es zwei sehr, sehr interessante Punkte. Zum einen, auf Tagessicht hätten wir sogar mehr Short Hebel, die liquidiert werden könnten. Bis zu den 70.000, ganze 2 Milliarden an US-Dollar. Wenn ihr euch fragt, warum ist das so eine hohe Zahl? Vorher sind wir immer nur auf den Binance BTC USDT Chart drauf eingegangen. Heute schauen wir mal auf die kompletten Exchanges. Dementsprechend hätte man auf Tagessicht eher das Interesse, den Bitcoin noch weiter nach oben laufen zu lassen, da man hier ordentliche Shorts liquidieren kann. Gehen wir aber allein auf den 7-Tages-Timeframe, da wird es immer noch verdammt deutlich. Und dementsprechend ist es so die einzige negative News, die ich hier mit dabei habe. Denn wir sehen, dass wir sehr, sehr wenig Hebel tatsächlich nur haben. Wenn wir auf die 74.000 US-Dollar kommen, würden wir nur 2,7 Milliarden an Short Hebel liquidieren. Wenn wir aber den Kurs nach unten dumpen würden, wären fast 9 Milliarden an US-Dollar, die von Long Liquidationshebel resultieren würden. 9 Milliarden bis zu den 60.000 US-Dollar. Ja, das muss man sich auf jeden Fall nur auf der Zunge zergehen lassen. Dennoch bin ich größtenteils bullischer gestimmt. Allein das, was wir vom Chart-Technischen her sehen. Allein das schon der Donnerstag ist, der Bitcoin sich wirklich super hält. Wir nicht allzu stark abkorrigiert sind. Und das wie gesagt auch vollkommen normal ist, da wir sehr, sehr grüne Impulse gesehen haben über mehrere Tage hinweg. Dementsprechend sollte das eher eine Abdämpfungsphase sein, ein korrektiver Verfall, bis wir dann impulsiver wieder ansteigen können. Was mich persönlich extrem bullisch stimmt, ist das folgende. Es ist ja schon der Donnerstag, also nicht mehr viel Zeit, bis wir den nächsten Balken in unserem Weekly Index reinbekommen. Und ja, da bin ich auch im gestrigen Video schon drauf eingegangen. Wir stehen so kurz davor, ein Bullish Cross auszubauen. Ebenso folgen wir auch dem Trend Higher Highs und Higher Lows. Und im Generellen muss ich sagen, im Bullenmarkt würde ich es mir nicht wagen, übermäßig zu shorten, sondern würde eher mit dem Trend gehen. Das ist für mich persönlich einfach sicherer. Wir haben zwar nun auf dem 4-Stunden-Intervall ein Bearish Cross reinbekommen, aber das 4-Stunden-Intervall hat hier hingehend nicht so viel Signifikanz. Und solange wir hier auch noch über dem 200-Day-Simply-Moving-Average-Train, finde ich eigentlich alles sehr entspannt. Weswegen ich persönlich schon mal mutmaßen wollen würde, dass wir uns sogar in der zweiten Phase befinden. Das heißt in der Euphorie-Phase. Denn ja, es wurde wirklich langsam mal Zeit. Ganz genau sagen kann ich das natürlich noch nicht. Das kann man erst im Nachhinein beurteilen. Aber dementsprechend lohnt es sich auch, den Kanal zu abonnieren. Denn ich gehe nicht nur auf verschiedene Charts ein, nicht nur auf die wichtigsten Informationen und auf die wichtigsten Neuerungen, sondern halte dich auch generell up-to-date, was die Altcoins betrifft, ob und wann ich nachgekauft habe und vieles weiteres. Und auch gerne die Glocke aktivieren, somit verpasst du kein einziges Video mehr. Zumindest solltest du das nicht. Und dementsprechend, falls jemand einen Trade eröffnen möchte oder sich einen 300 US-Dollar Einzahlungsbonus sichern möchte, der kann sehr gerne Bluffin abchecken. Es müsste die größte Nicht-KYC-Börse der Welt sein. Und neben den 5.000 US-Dollar an Willkommensbonus, die man sich durch Aufgaben erarbeiten kann, bekommt man exklusiv mit dem Link nur für die ersten 100 User bis zu 300 US-Dollar Futures-Bonus, indem man allein 2.000 US-Dollar einzahlt, was meiner Meinung nach unfassbar viel Value bringt. Also falls ihr Interesse habt, gerne abchecken. Läuft doch nur noch bis zum 27. Oktober. Und ansonsten wollte ich auch nochmal über zwei Kryptowährungen sprechen, die ich nachgekauft habe. Und Dainix, darüber habe ich lange, lange nichts mehr erzählt. Das war für mich auch eine Weile lang uninteressant. Aber wenn wir uns das mal anschauen, dass wir hier nun wirklich stark abgestraft wurden, klar, wir jetzt auf einer Market Cap sitzen von 36 Millionen US-Dollar, was wirklich nicht viel ist, wo die zirkelnden Umlaufmenge fast gleich der Max-Supply ist, was ebenfalls super ist, da es keine weiteren Dumps durch Miner oder sonst was mehr geben wird. Apropos zu dieser Kryptowährung, habe ich auch schon vor über 10 Monaten ein Video hochgeladen. Komplettes Deep Dive, 33 Minuten. AI-Kryptowährung, Quantum Computing beispielsweise, sehr viele Buzzwords, die unfassbar krass sind, Proof of Useful Work. Und da habe ich mich einfach mal wieder ein bisschen reingelesen, habe ich gesehen, okay, die Website ist neu, es sieht professioneller aus. Ein paar Kritiken, die ich damals bei dem Video angebracht habe, die sind auch weg. Quantum GPU Notes werden kommen. Wie gesagt, die Market Cap von mickrigen 36 Millionen, 46 Millionen, wo wir auch gerade sind. Sie versuchen auch ebenfalls, eine deflationäre Zirkel in die Umlaufmenge hinaus zu bringen. Eine Tier 1 Börse, wahrscheinlich Gate.io würde ich persönlich schätzen, ist in Arbeit, was natürlich extrem wichtig ist für so eine kleine Small Caps. Viele weitere Punkte. Und wenn man sich den Twitter Account mal genauer anschaut, dann sieht man auf jeden Fall, hey, die sind auf jeden Fall am Machen. Sehr viele Posts, sehr viele Fortschritte, gute Community Interaktion, muss man auch dazu sagen. Große Ziele. Und in der Kategorie Die Sci-Coins, ist Dainix die Top 1. Insbesondere auch, was die Mansions angeht. Also, was Social Media Beiträge ETC anbelangt. Wenn wir uns hier genauer reinlesen, dann sehen wir, das ist Decentralized Science. Und wie gesagt, Dainix hier auf Platz 3. Es ist noch eine recht kleine Nische mit einer sehr geringen Market Cap. Aber da muss ich sagen, es hat mich überzeugt. Die Kryptowährung hat ordentlich Gas gegeben. Und deswegen habe ich mein Dollar Cost Average gesenkt. Dennoch habe ich nicht zu diesem Preis nachgekauft, obwohl ich es sogar gerade tun wollte. Aber ich habe gesehen, dass ich meine Limit Order ausgelöst hatte, die bei 28 US-Dollar Cent lag. Und wenn wir uns das mal anschauen, das waren somit die günstigsten Preise, die man bekommen hätte können. Wichtig, wir sind nicht weit davon entfernt. Dainix ist immer noch, zu mehr oder weniger Bodenpreisen zu kaufen. Insbesondere auf der Jahresperformance. Es gibt zwar immer noch einige Personen, die ganz, ganz, ganz günstig eingekauft haben. Aber ich sage mal so, für diejenigen, die immer noch günstig einsteigen wollen, eine Kryptowährung finde ich das persönlich nicht verkehrt. Ich bin ja selber eingestiegen. Und ich hatte auch damals einen Limit Order geherstellt. Das war vor über 5 Monaten, wo ich auch ganz genau besprochen habe, wann ich welche Kryptowährung gekauft habe. Und zu welchen Limit Orders ich was platziert habe. Und ja, da war tatsächlich auch Dainix mit dabei. Ich habe sogar selbst vergessen. Aktuell gibt es die Kryptowährung auf Maxi zu kaufen. Hier gibt es das höchste Volumen. Da gibt es auch einen Link in der Videobeschreibung. Plus exklusiv, minus 10% auf die jetzt schon niedrigen Gebühren. Falls jemand Interesse haben sollte. Aber da bitte eigene Research machen und vorher unbedingt dieses Video hier abchecken. Und da ich auch transparent mit euch umgehen möchte, Kryptonite Sailor hatte ich mir ebenfalls gekauft. Das habe ich auch in der Telegram-Gruppe damals kommuniziert gehabt. Aber das war tatsächlich genauso wie bei Dainix, dass ich die Kryptowährung in meiner Limit Order mit drin hätte, was ich ebenfalls in dem Video thematisiert habe, zu 0,01 US-Dollar. Und da sehen wir tatsächlich, wir waren kurzzeitig mal drunter. Und danach sind wir richtig heftig angestiegen. Und auch wenn ich Kryptonite Sailor als ein sehr, sehr risikoreiches Projekt empfinde, da es erstens an Zeige koppelt ist und zweitens eine mickrige, mickrige Market Cap hatte, muss ich doch sagen, die Kryptowährung kann persönlich immer noch interessant sein. Insbesondere da wir so stark abgestraft wurden. Und derzeit der Kryptowährung habe ich tatsächlich auch damals im Video erstellt gehabt. Und da ich persönlich glaube, dass wir in den Startlöchern stehen, dass die aktuelle Marktphase die Ruhe vor dem Sturm ist, decke ich mich eben noch mit den Kryptowährungen gerne ein, die zum aktuellen Zeitpunkt auch noch günstig sind. Denn ich persönlich halte nicht viel davon, jetzt in Bitthansa Tau zu investieren, jetzt in Zui zu investieren. Die Kryptowährungen sind für mich immer interessant, wenn wir stärker fallen. Das habe ich auch oft auf meinem Kanal kommuniziert. Es gibt aber auch noch einige Kryptowährungen, wo ich persönlich empfinde, dass die immer noch einen super, super Einstiegspreis bieten und deswegen immer noch nachkaufe. Dementsprechend werde ich euch auch weiter auf dem Laufenden halten, was das Preistechnische anbelangt, wie mein generelles Vorgehen ist. Aber ich finde, es ist immer noch zum Teil Einkaufsseason. Und das mitten im Oktober. Schön, oder? Also wie gesagt, falls du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, gerne ein Abo da lassen, falls du noch kein Teil der Community bist, solltest du das auf jeden Fall nachholen. Denn der Typ hier macht auch Videos, wenn er krank ist. Hätte ich sozusagen immer up to date. Und ansonsten würde ich aber auch persönlich sagen, wir sehen uns bis hin zum nächsten Video. Peace out. Peace out.